Hi Leute, ähm, cool! Ja, einmal kurz die Level-Statistik. Wir haben hier ein Artefakt übersehen. Ich weiß auch, wo es ist. Also ich hab's grad nachgeguckt, wo es ist. Von daher weiß ich jetzt, wo es ist. Äh, was schaff ich denn hier? Das ist ja total da. Hupbuck. Okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo es ist. Hm. Und somit können wir weiterspielen. Darüber. Es ist auch nicht weit entfernt. Daher geht das noch. So, wir müssen jetzt aber trotzdem erstmal hier durch. Und dann müssen wir... Jetzt sind wir in der Stadt... In der Stadt Wal-Kal-Bamba. Und in dieser Stadt ist das Artefakt uns wahr. Das müsst ihr uns eigentlich schon anlächeln. Ich glaub, die Erfahrenen haben's gesehen. Über... Es schwebt jetzt über Lervas Kopf. Genau da hinten ist das Artefakt. Um an dieses Artefakt ranzukommen, müssten wir in der Stadt eine Kiste... Ähm, die Kiste, die wir hinten wegschieben müssen, um in die Schüssel ranzukommen, die Kiste müssten wir hier rausschieben gleich. Also da haben wir gleich noch ein bisschen Arbeit vor uns. So, jetzt kommen die schönen Wölfe wieder. Hey, wo seid ihr denn? Okay. Da ist nur noch einer. So, nichts mehr? Okay, die scheinen alle... So, jetzt müssen wir natürlich den Bären dieses Mal... Wo ist er denn? Dieses Mal müssen wir den Bären loswerden. Da. Äh, das ist jetzt irgendwie doof. Na gut. Das hat ja wieder geklappt. Zwar nicht so, wie es gewünscht war, aber egal. So, jetzt müssen wir einmal tauchen. Äh, wo da lang? Ja, ich hab das immer noch nicht so ganz raus mit dem, mit dem, ähm... Adrenalin-Move. Ich weiß auch nicht. Ich benutze ihn halt im normalen Spiel, wie gesagt. Nichts. Ich hab ihn einmal für den T-Rex gebraucht und das war's. Obwohl, wenn ich mich recht erinnere, brauche ich ihn nachher nochmal für diesen komischen... Jetzt bin ich nach oben. Ähm. Ja, Lerba, was kann ich denn dafür, wenn du zu blöd bist, nach oben zu schwimmen? Ich muss sie ständig, muss ich sie anfeinden. So, hier können wir theoretisch aufmachen. Das ist aber egal. Weil da ja nichts mehr ist. Sollte auf jeden Fall nichts mehr sein. Das wäre jetzt... Wir könnten theoretisch, glaube ich, den Bären da jetzt einschließen. So, den hab ich zum... Wieder nicht gekriegt. So, wir brauchen ja hier eigentlich den Schlüssel gar nicht. Wir müssen nur das Teil hier nehmen. Und... Okay. Und das Teil schieben wir jetzt eine Weile durch die Gegend. Ähm. Ach, hier hat der Dank. So schlimm kommt mir das gerade gar nicht vor. Also. Okay, jetzt muss ich bloß noch gucken, wohin. Genau, dahin. Zu dieser schönen Stange, die da ist. Upp. Jetzt nehmen wir hoch. Jetzt. Lerba. Stange. Okay, jetzt kommen wir an die Stange ran. Und dadurch kommen wir jetzt... Hoffentlich dahin, wo wir hinwollen. Hallo, die zittert hier, Mio-Mädel. Oh, jetzt. Ich hasse Fledermäuse. Okay, hier lang. Jetzt da rüber. Jetzt hier lang. Und... Hier ist das Artefakt. Oh! Und jetzt nehmen wir das Artefakt, bitte. Eigentlich ist das sogar recht schön hier in der Ecke, finde ich. Gut, wir haben auf jeden Fall... Wir haben fertig. Gucken, gucken wir uns mal ganz kurz die Level-Statistik an. Fertig. Möchten Sie das wirklich bänden? Ja. Ich bin ja jetzt fertig, oder? Können ja nochmal nachgucken, erneut spielen. Jupp. So, jetzt müssten wir eigentlich das Verlorene Tal... Und da sehe ich schon, wir brauchen ein Artefakt und die Relic hier. Und hier fehlt uns auch ein Artefakt. Das heißt, ich gucke jetzt ganz schnell nach, was im Verlorenen Tal los war. Weil das Nachgucken, das ist ja jetzt nicht so schlimm, wie ich feststelle. Also gucke ich mal ganz kurz nach, was im Verlorenen Tal war. Und dann spielen wir es gleich. Ciao! Ciao!